Im Langlaufzentrum Puchenstuben werden regelmäßig Schnuppertage für Langlaufanfänger abgehalten. Am 22. Jänner von 13 bis 16 Uhr kann man diese Sportart unter Anleitung ausprobieren. Die Ausrüstung kann vor Ort ausgeliehen werden. Das beliebte Guga Höhe genannte Morgenskifahren in Lackenhof am Ötscher findet noch zweimal im Jänner statt. Am 22. und 29.1. wird jeweils in der Früh um 6.30 Uhr gestartet. Treffpunkt ist bei den Ötscher Bergbahnen. Für Verpflegung ist gesorgt. Bewegung auf dem Eis macht zu flotter Musik besonders viel Spaß. In Weidhofen findet jeden Samstag die beliebte Eisdisco statt. Von 17 bis 21 Uhr kann so den neuesten Hits mit Lichteffekten und einer großen Video-Wall auf dem Eis getanzt werden. Untertitelung des ZDF für funk, 2017